Ich bin wieder live und herzlich willkommen zurück zu heute mal Minecraft, zumindest bevor ich Pause mache und dann zum Essen gehe. So schaut es nämlich aus. Das heißt, es wird jetzt nicht vier Stunden Minecraft geben, sondern bloß mal ein bisschen auf dem Server nachgucken und dann gehe ich essen und dann gibt es Witcher. Denke ich doch, wenn es nicht viel mehr auf dem Minecraft-Server zu tun gibt. Davon gehe ich eigentlich aus. Und ich bin immer noch etwas verschnupft, also entschuldigt meinen Nasen hochziehen und kacke. Ich schaue mal eben, wo der Grief war. Moment. So, denn wie, keine Ahnung wie viele Leute schon mitbekommen haben, hat der Leventrax bzw. der Yannick einen Support-Titel bekommen. Einen Support-Rang. Mach mal TP-Anfragen an. Sicherlich nicht. Das kann ich nicht brauchen. Ähm, aber... Ich muss jetzt mal nachschauen in den Logs, wo das bitte war. Ja, Streams Online. Oh, Jassi schreibt auch, hey. Hi, Jassi. Sorry, dass ich jetzt schon stream. Ich starte nachher wieder mit Witcher, aber... Ich muss wieder zwischendurch essen und deswegen habe ich mir gedacht, nee, das ist nur Scheiße. Da habe ich keinen Bock. Also habe ich mich hierzu jetzt entschieden und... Äh, jetzt schaue ich das mal eben nach. Ich war eh schon auf dem Minecraft-Server, also... Why not? Kann ich gleich streamen? So, wo war er denn, der Leventrax? Oh, shit. Das Log... Oh, oh. Oh, oh. Das ist schlecht. Ähm. Warum macht es denn keine Logs mehr? Bitte? Why you do this? Ist alles eingestellt. Hallo? Warum hast du den... Ah, ich bin bei Leventrax. Der hat irgendwann ein Y-T hinten ran gesetzt. Oh, Gott, ey. Ich dachte schon, meine Logs funktionieren nicht. Man, muss der auch seinen Namen fünfmal ändern. Schäm dich was. So. Ah ja, der Yannick ist auch da. Hi, Yannick. Ja, Yassi, du kriegst deine Partikel irgendwann wieder. Jetzt immer wieder Ruhe. Erstmal hier gucken. Ähm. Boah, ich weiß halt nicht, wo das war. Was hast du denn geschrieben mit dem? War das der Anime-PVP-Typ? War das der? Oh, Jimmy's there. Hi, Jimmy. Äh. Nun. Das ist jetzt ein bisschen schwer rauszufinden, ne? Hier hast du XD geschrieben. Ich schätze mal, das ist da in der Nähe. Dann machen wir doch TP-Pos. Kommas raus und ein Leerzeichen stattdessen. Nein? Wohl kaum. Nein? Da war's nicht. Jimmy's asking Minecraft how long? I don't know until I gotta go eat. Filmkiste schreibt noch Tag. Hi, Filmkiste. Grüß dich. Servus. Ach, wo war das denn? Hier vielleicht? Das sind noch andere Koordinaten. Die sehen vielleicht vielversprechend aus. Ich hab hier keinen Plan. Das ist, glaub, seine Bude, ne? Kann das sein? Ja, das ist sein Territorium. Ach, Mann. Wie will ich das... Von wem war das jetzt nochmal? Boah. Da, wo wir über das Briefing geschrieben haben, war das. Bei wem war das nochmal? Boah, Junge. I have no idea. Ah, der Dura Wild Child schaut mir auch zu. Grüß dich. Servus. Hat der Metz und ich angesprochen wegen meinen Softboxen? Oder bist du jetzt nur zufällig da? Bei Anime PvE. Ach, Mann. Ich schau da mal eben vorbei. Moment. Gucken wir da mal hin. Ich kann nur grad wenig in den Twitch-Chat schauen. Entschuldigt mich. Und ich bin immer noch eklig. Ich bin ab jetzt ein Baby. Was? Jo, ich hab keinen Plan, ey. Ich probier's mal weiter mit ein paar... Aber das sind ja immer die gleichen Koordinaten. Das sind... Bist du sicher, dass es vielleicht nicht die... War's nicht die Burg? Wo soll das denn gewesen sein? Woher soll ich das wissen? Oh mein Gott. Ach, der Wild Child ist tatsächlich zufällig da. Okay. Ah, ich hatte gestern noch ein paar Fragen, weil ich jetzt, äh... So ne... So ne... Äh... 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 Lampe da... Hin... Äh... Oben hingehängt hab bei mir. Dass ich mal bessere Beleuchtung hab. Und er meinte, Ah, du hättest doch, äh... Softboxen. Und ich soll mir vielleicht welche kaufen. Meine Frage war, Sind in Softboxen gewöhnliche Glühbirnen drin? Oder sind da spezielle Softbox-Birnen drin? Die ich dann für teuer Geld kaufen muss, nur weil sie special sind. Das waren so meine Fragen. Jimmy, outdated server. Yes, this server is still running 1.8.9. Mungi ist auch da. Hallo Mungi. Es war ein Haus. Also er war mal noch hier. Da sind noch ein paar Koordinaten. Er sagt, Bergik. 158 Höhe klingt nach Berg. Ah! Das sieht doch gut aus. Ah! Dann bitte nicht bewegen, sonst stirbst du nach dem TP. It says outdated server, because you're running 1.9 and this server is not on 1.9 yet. Sorry about that. Nein? Das ist es nicht? Oh, lügt mich nicht an. Nee. Fandum Schneeberg. Jetzt... Fuck you! Was? Oh, Mann! How can I join then? You have to change your version. You do that within the launcher. Open the launcher, go to edit, profile, and then set it back to 1.8.9. Was weiß ich, hier ist noch eine höhere Koordinate, aber das könnte auch auf seiner Burg sein, weil es auch so eine Millioner Koordinate ist. Wann wir über Griefing geschrieben haben. Okay, okay, okay. Warte mal. Wann hast du dich denn zu ihm... Na, ich fit mich nicht. Ah! Wie ist der bei Anime? Hab eben mal einen Grief bearbeitet. Nein, das war was anderes. Verquert suchen. Wir sind noch... Ja, ich beleidige gerne, Leute. Hä? Ist das hier... What the hell? What the... Hä? Meine Maus hat sich ja wohl gerade ultra schnell bewegt. What the fuck? Alles klar. Ein bis zwei Stunden. Boah. Ja, ich hab's gefunden! Äh, TPO hier. Le Ventrax. Ja, ja, ja. Ist ganz weit oben, also... Übertreib mal nicht. Ach, das ist beim Meta... Äh, beim... Beim... Beim Volas-Projekt, oder? Ja, natürlich! Hier, oh... Na, das hätte ich wissen. Das hätte er nur sagen müssen, ne? Weiß er nicht. Egal. Hier. Hi, hier. Hier, ist gut. So dark. Yep, it's night, you know. Okay, der Dirt Wild Child ist schon wieder verschwunden. Okay, alles klar. Ich verstehe. Fällt ihm gerade ein. Ja, geil. Schlauer Beutel. Ai, caramba. Ja, wo... Wo denn? Wo ist der Grief? Oh, da sucht er noch. Er rennt hier so weh rum. Unten irgendwo. Doll. Hier. Hier, was hier? Aha. Und wer war das? Was hat der Bösewicht gemacht? Lass mich raus! Du bist selber reingesprungen, du Genius! Da, komm raus, da! Weil hier überall steht, Morsink picked up carrot. Morsink broke everything. Wobei, Shiko LP hat hier scheinbar auch sein Unwesen getrieben. Hier auf der Erde. What? Ich nix verstehe. Hier ist kein Claim. Ich verstehe nicht ganz, wo, was jetzt los ist. Shiko LP. Ah, okay. Jimmy ist so dumm. So dumm! Shiko LP. Ja, dann mach ich rückgängig, was er gemacht hat. Prism. Rollback. Player. Shiko LP. Action. Break. Place. Äh... Time. Zehn Tage wahrscheinlich. Und... Radius. Kein Plan. 30 Blöcke? Ich schicke die Leute immer vorher heim, bevor ich irgendwie Rollbacks mache. Dann, ey... Ich schicke die Leute mit einem Armour-Stand. Er ist heim? Er ist heim. Jo. Nothing found to rollback. Wie lang ist das her? 20 Tage! Aber dann ist klar. Dann nehmen wir halt mal größer. 30 Tage. Und du? Was das? No history found. Das sieht aber jetzt nicht so viel besser aus als vorher, oder? Meine ich das bloß? Also ich weiß ja nicht. Das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich bin mit dem Resultat jetzt nicht so... Davon begeistert. Aber... Boah. Von mir raus. Jedenfalls habe ich alles rückgängig gemacht. Hier oben. Das war ein anderer. Ja toll. Mit der Erde. Grrrr. Wer andere? Dem habe ich schon Temparen gegeben. Aber wer? Es geht um die Kisten. Warte, ich schau kurz, wem du den Temparen gegeben hast. Oh man. Oh man. Was waren alles Tests, 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 Tests? Environment? Environment? Environment ist kein Griefer. Environment sind so Sachen wie... Äh, die halt natürlich passieren. Äh, die halt natürlich passieren. An Band-Environment. Das sind so Sachen wie... Feuer, das sich ausbreitet. TNT, das explodiert. Oder... Oh man. Oh man. Ah, er hat Environment gebannt. Environment mal an Band. Ich kenne zwar niemanden, der Environment heißt, aber... Das wäre ein Geniestreich. Wenn sich jemand Environment nennt. Hä? Und dann sieht man den Unterschied nämlich nicht in den Loks. Der muss... Den muss ich eigentlich, äh... Permabannen. Armer Jimmy. Soll ich den Typen dann bannen? Environment. Ja. Genau. Schiko LP. Jimmy mal wieder am alles kommentieren. Am Stuck. Dich, dich. Ah. Krass viel aus den Kisten. Jaja, ich steck ihn mal ins Jail. Äh, Schiko LP. Eins. Da. Zum Jail kriegst du später auch noch Zugriff als Moderator dann. Aber im Moment gibt's keine Moderatoren und nicht mal den Rang für den Moderator. Also, schauen wir mal. Moment. Und Gonspsi is saying hello. Hello, Gonspsi. Sorry for talking German a lot. But people on here are German and my native language is German. Mom nervt, ich soll für Bio lernen. Ähm, Mabub. Man, viel Spaß beim Lernen. Meine Mutter hat üb... Hab ich... Man hat schon Angst, dass ich mein Mikro nicht angemacht hab. Äh. Ich wurde grad auch zum Essen gerufen. Also, wahrscheinlich werde ich jetzt dann gleich, äh, Essen gehen. Aber... Vorher... Was mach ich vorher noch? Keine Ahnung. That's what you call stuck. You scared me. I don't see you being stuck. I typed slash spawn. Oh, okay. You could have used... I don't remember the command for that. Although, it only works... I'm not sure. Wait. There's something like... If... When could you possibly be stuck? In a claim. If something is claimed and you cannot get out. There is a command for that. Which you can actually use, but I don't remember what it was called. It was not unstuck or something. Um... What was it? Let me look that up. Just for future reference. So you have that. I don't remember... The command, but I'll look it up. In a second. Command and permission. Sell, buy, ignore, siege... Trapped! Slash trapped! Oh yeah. Thanks. You can build here. Save yourself. Right. So that's it. Where do you know that from? The hell? How do you know such things? Wait a sec. Warp. Survival. Yes. What's trapped? Just watch the chat, you idiot. In the middle of the middle. Oh it says that after you type slash spawn? Huh. Not for me. Probably because I'm an admin. Or maybe if I am within a claim. Wait a sec. Where? There is one. And I do slash spawn. No. Yeah right! If you say that, I'm stuck. It actually says it in the chat. Are you trapped in someone's land claim? Ah yeah. That only works for English words though. It also said it up here. I'm, I'm, forget it. Yeah. It's a notification if you mention things like stuck, trapped, uh, I don't know what else you could say. Can't get out. I don't know. So these type of things trigger, yeah, that happening. You know what I mean. That triggers it. Triggers the text. Yeah. I have to make these things pretty. There's not, also, I'm, I'm very, very, and I hope everyone's fine with me talking English. Um, I, what was I saying? Yeah, I was, I was really, um, wait a sec, gotta find the word. Where are you hiding? Not where you are. Uh, I was amazed. Yeah, right. I was amazed at how few things were grieved around the spawn. Those things are unprotected, except for that building over there. And this little bit here. But this is unclaimed. And that part right here, all not claimed. That little bit is. Because this one is, this one is not claimed. None of this is. I don't, I don't want anyone griefing this right now. But I'm just mentioning it, but I'm just mentioning it, and I'm gonna make a big claim around it. So, nobody else could grieve it. Because I think people are not coming back. The people that built this. Yeah, you could, you could actually. And I'm, 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 I'm also amazed that people didn't go here and just claim it themselves. They could have easily done that. And I would not have noticed, you know, but most people on here are actually good, good, good guys, I'd say. I, maybe it is because there is this portal that says go, go straight to a random location. Just go in there and you'll be teleported somewhere random. And most people probably do that without even really knowing, not sure, and also there is the tutorial at the very beginning when you join the server, which also keeps away griefers really well. I'm, I'm really proud of that, it works really good, that, that, that's, that's real nice. Um, so, yeah, all in all I'm very pleased with the community and how everyone's doing so, fine. Um, and being friendly and not destroying shit. I checked the things around first. Yeah, of course you do. You, you should. So, I, this probably happened, I, I know why this probably happened. Um, it's because, or why, why, some things are still claimed even though they haven't been on in ages and some do or some get removed. I, I actually put that in chat and I found out, I, 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 I did something that removes, or I changed the configuration, so it changed, or it deletes things that are, yeah, like this one. 165 days, if you've been offline for 90 days, it will delete your claim unless you have at least 10,000, um, uh, if you have at least 10,000 claim blocks in total. So, if you type, slash, claim list, I think it is, yeah, then you will see how many blocks you have. And if that number up there is above 10,000, none of your claims will ever get deleted, no matter how long you've been offline. So, that, that, that is about 10 hours, 10 hours playtime on this server, and you should not get your claims removed anymore. So, that's why things like these still exist, 165 days, and if I look up claims list for Skull Face, um, no player by that name has locked in recently. Well, okay, then, I don't know, I cannot look that up, but, he probably had enough, he definitely had enough playtime, or claim blocks. Okay, I understand. Okay, how do I delete claimed land, cause I lost mine, lol. Um, I can actually, teleport you to your old claim. If not, it's already deleted. So, you can claims list, for you. There's still, no. Yeah, there, there is one, there is one. I can teleport myself there. It is, right here. Aha. You still have to get here. I didn't find it. I just, knew how to get there, in the first place. Okay, fine. TPO here, XXGB. If you don't want to, or, if you want to delete, this claim, just type, slash, abandoned claim, while you're standing within it. It's just a crafting table, I know, you've been very productive, I see. So, you get all your claim blocks back, if you type in, slash, abandoned claim. So, you can still get the same claims, or the same size of claim, elsewhere. And, yes, you'll notice, the bot is not there. Why do you do not want to do this? You mean, it's okay, it's okay, it's okay. Immer das gleiche mit dem Bot. Und ich kann mich per TeamViewer kurz mal auf meinen Geschäfts-PC eigentlich verbinden und schauen, ob das Backup funktioniert hat. Oder der Restore. Joop, war erfolgreich. Sehr schön. Kann ich den PC eigentlich irgendwie ausschalten? Close Connection, Hytorba. Einen Moment mal kurz. Ich kann ihn nur rebooten. Oder? Kann ich... Äh... Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Ups. Ne. Zumindest nicht so. Ja, ja, ich schalte ihn morgen aus. Scheißegal. So, zum Server und zum Bot. Is there zombies and stuff? Jupp. So, lass mal den Bot connecten. Vielleicht sollte ich mir noch irgendwie einrichten, dass ich eine Benachrichtigung kriege, wenn der Bot nicht da ist. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So, Bot müsste da sein. Sorry. Haven't seen one yet. Because it's been day. There you go. Da ist der Bot wieder. Okie doke. Okie doke. Um... Also, Spongebung 1.9. So, I'm probably not gonna test it, although there are some plugins that I could use or try. But they are not as feature rich. But they are not as feature rich. They don't have all the things I need. So, it's really a tough time for me switching to 1.9 and I hope plugins are getting updated fast. Otherwise, I have to find another solution, which I don't have yet. So, let's see what's happening with my 1.9 there. Ah, ja, genau, der Tiger. Tiger. Eigentlich müsste ich gar nicht zu ihm teleportieren, aber ich find's immer persönlicher. So. Ups. Tiger, owner, zack. Und einmal einen Kopf für ihn. Bitteschön. Und einmal Gutschein zerstören. Plopp. Weg ist er. Immer wieder gerne. Ähm. Yes. So. Tschüss, Adi. Schön hat er's hier. Ja. Doch. So. Soll ich, um jetzt die Punkte wieder gut zu machen, die der Bot nicht da war, dann einen AFK-Stream reinmachen, auch wenn ich keinen coolen Spongebob und sowas mehr hab. Einfach, einfach nur, dass ich, äh, dass ihr die Punkte, wie gesagt, wieder bekommt. Fände ich jetzt nur fair, wenn ich in eine halbe Stunde weg bin. Was ist das für ein Server? Alessio, das ist der Meta-Union-Server. Meta-Union.com. Dat ist die IP. Oder, ja, sie gibt's hier, die im Chat. Geht auch. Ist halt noch nicht 1.9. Da muss ich irgendwann zukommen. Und das wird nicht so einfach werden für mich. Das wird echt not easy. Wirklich not easy. Was mach ich denn da? Ich weiß es echt noch nicht. Es gibt Plugins, mit denen ich die, die ich momentan hab, ersetzen könnte, zum größten Teil in 1.9. Aber sie haben halt nicht so viele Features. Ich, wenn ich hier zum Beispiel mal schau, die TNT-Region hat zum Beispiel Chest Access erlaubt. TNT erlaubt. Use erlaubt. Mob Spawning aus. Invincible, das hätte ich auf dem anderen Spawn auch. Enderpearls, das kann ich zum Beispiel auch nicht deaktivieren. Item Drop. Ja. Es sind lauter so Sachen, die halt mit den Plugins, die für Sponge da sind, oder die es für Sponge gibt, noch nicht möglich sind. Es ist halt schade. Aber da muss World Guard irgendwann nachziehen. Ich hoffe, das passiert bald. Ich kann, ich kann da echt nicht mehr machen. Ist halt, ist halt jetzt ein bisschen blöd. Ich kann, ich versuch's mal, weil ich heute, heute hab's dem Alf schon erklärt. Das wird jetzt das letzte, was ich ganz kurz noch anspreche. Warum ich nicht auf 1.9 update oder warum es momentan so schwer ist für mich auf 1.9 abzudaten. Ähm. Wir haben gerade das Problem, dass ich ein Plugin benutze. Das nennt sich Prism. Das haben wir hier irgendwo in der Liste. Prism. Da. Prism ist dazu da, um alles nachzuschauen, was auf der Welt sich ändert. Also, wie LogBlog, falls das jemandem was sagt. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Survival Sworn gehe und mich irgendwo randomes hin teleportieren lasse und dann hier rüber gehe und anfange was zu bauen. Ich mach Zeug kaputt. Ups. Ich mach Zeug kaputt. Ich baue Zeug wieder auf. Oder ich griefe irgendwas. Es ist natürlich hauptsächlich da, um Grief rückgängig zu machen. Dann kann ich mit Prism nachschauen, wer was wann gemacht hat. Ich sehe hier, jeder einzelne Block wurde von Folas platziert und jeder einzelne Block hier drin wurde von Folas zerstört. Gerade eben. Und wenn ich dann mach Rollback, Player, Folas1337, Action, Break und Place in einem Radius von 10 Blöcken und in einem Zeitintervall muss ich ihn angeben. Zack. Dann kann ich alles wieder rückgängig machen. Schön. Dieses Plugin funktioniert aber auf dem aktuellen System. also die Software oder die API, wenn das jemandem was sagt, die ich jetzt gerade am laufen habe, nennt sich Spigot. So. Spigot ist entstanden aus Bucket. Interessiert keinen, aber nur so als Info. Und Prism unterstützt kein Spigot mehr. Also dieses, was alles aufzeichnet, unterstützt das jetzige System nicht mehr. Die momentane Software, Spigot. Das wurde schon konvertiert zu einer neuen Plattform, einer neuen Software. Die nennt sich Sponge. Also Sponge und Spigot sind im Prinzip das gleiche. Sie sind beide Plattformen für Plugins, für Minecraft. Aber sie bieten halt nicht die gleichen Funktionen oder sie sind nicht genau das gleiche logischerweise. Sondern Sponge funktioniert anders, ist anders aufgebaut als Spigot. Somit müssen Plugins, sowas wie Prism oder WorldEdit oder Essentials oder ihr kennt sie ja alle wahrscheinlich auch, ähm, müssen jetzt von Spigot konvertiert werden zu Sponge. So. Das ist aber bei den meisten noch nicht passiert. Es ist bei Prism passiert. Es ist bei WorldEdit passiert. Essentials gibt's ne Alternative, ist aber noch nicht. Aber WorldGuard fehlt mir. WorldGuard ist eigentlich im Moment noch das einzige, das mich daran hindert, ähm, den Server auf 1.9 oder auf Sponge zu wechseln. Ja, das nur mal so als kleine, kleine Info, warum ich momentan nicht update auf 1.9. Wo liegt Sponge? Sponge an sich ist auch noch nicht auf 1.9. Also diese andere Plattform, die ähnlich ist wie Spigot, ist noch nicht auf 1.9. Spigot ist schon auf 1.9, Sponge ist noch nicht auf 1.9. Ähm, aber, ja, ist halt, ist halt wie gesagt alles not easy, wirklich. Und ich hoffe, dass die WorldGuard bald updaten auf Sponge. Aber ich weiß nicht, wann das passieren wird, ob das passieren wird oder ob irgendwann, ähm, ja, ob ne Alternative auftaucht, die genauso viel kann wie WorldGuard. Weil ich brauch definitiv alle Features, alle Funktionen, die WorldGuard bietet, auch auf nem neuen Plugin. Ist mir scheißegal, ob das später anders heißt, ähm, und anders funktioniert. Aber ich sollte auf jeden Fall die Daten importieren können von WorldGuard und es sollte die gleichen Funktionen beinhalten. Logisch. Sonst funktioniert das alles nicht. Ich werde weiter mit Sponge experimentieren, ich werde mir noch ein paar Plugins anschauen. Die meisten unterstützen halt nur so simple Sachen wie, man kann nicht sterben in der Region, man kann Sachen nicht zerstören, ähm, keine Ahnung, so ganz billiges Zeug. Aber das reicht mir halt nicht. Deswegen kann ich den momentan nicht updaten und auch nicht auf Sponge umstellen. Keine Chance. So, NastyCore ist auch wieder da. Servus, NastyCore. Und Shadow will noch wissen, wie lang das Giveaway geht. Hat Jesse aber beantwortet bis zum 30.03. Ich werde jetzt erstmal zum Essen gehen. Ich wünsche euch allen noch, äh, ne schöne halbe Stunde ohne mich. Ich mache so einen langenden AFK-Stream und, ja, man sieht sich. Bis dann, äh, halbe Stunde bin ich ungefähr weg. So lange könnt ihr Punkte sammeln im AFK-Stream, weil der Bot grad weg war. Auch du Nasty, auch wenn es dich nicht betrifft. Aber trotzdem. Also, bis nachher. Macht's gut. Ich bin erstmal raus. Bis dann. Bam!